So, jetzt geht's los. Hallo und jetzt willkommen zu einem Tornado's Dream. Wir spielen heute wieder Twilight Fusion. Wie ihr bestimmt gerade bemerkt, befinde ich mich gar nicht zu Hause in meinem Studio, sondern bei jetzt der Hund hier. Er wird los, Köter. Kommt gerade in die Aufnahme rein. Ja, befinde ich mich bei meinen Eltern in Brandenburg und ich wollte aber irgendwie den Abend, wo ich alleine bin, sinnvoll verbringen. Da habe ich mir gedacht, ey, weißt du was, baust du Billig Equipment auf, baust du die Playstation auf, nimmst du dir die Cam mit, koppelst das gleichzeitig zu Hause, baust du das halt zusammen und dann machst du halt da so ein kleines lustiges Video draus und dann halt geht's schon ab. Und das machen wir jetzt. Hier werde ich mal Energy Drink mir aufmachen. Boah. Entschuldigung. Müsst ihr jetzt wieder gehen? Hey, hör auf da. So, fahren. Ja, womit? Der Hund läuft hier rum. Bonny, der Hund. Das ist ein Boxerhund. So. Wir werden natürlich Karriere machen. Ich habe schon 72%. Und ich werde mal versuchen, so ein bisschen hier gleich überlege so. Soll ich versuchen, noch eine weitere Gold zu fahren? Ich habe hier bereits schon alles auf Gold. Ne, nein, das mache ich nicht. Technik, Korps, das kann ich nicht. Da habe ich gemerkt, das liegt mir nicht. Dann probieren wir nochmal. Hm, ich habe so ein schlechtes Gefühl. Ne, wir probieren es einfach. Wir werden einfach uns eiskalt da ran stürzen. Mehr als verkacken können wir ja nicht. Also was soll das? So, was haben wir zur Auswahl? Das ist total geil. Ich sitze hier auf so einem Holzstuhl. Also da steht dann die Playstation hier direkt so ein mit diesem Fernseher von mir und hier halt meine GoPro. Äh, was kann ich denn nehmen jetzt hier? Mann, ist doch egal. Rein da. Hatte ja schon mal so einen Test mit der PS4, wo ich dann mal getestet habe, wie die Quali ist. Ich sag mal so, als Notfalllösung geht es. Oh, jetzt konzentrieren. Das ist nämlich nicht so leicht, alles. Ich will nämlich auf Gold gehen. Da muss man sich anstrengen. Diese Level sind schon ab einem gewissen Grad gar nicht mehr so leicht. So, komm. Na, wo fliege ich hin? Hey! Nein! Oh, nein. Oh, von vorne. Wie doof ich jetzt? Oh, ja. Machen wir es nochmal? Nicht so schlimm. Hm. 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 Ja, da. Äh, verzeihet nicht. Hm. Hm. Ich glaube ich wäre beim ersten Lauf so schön durchgekommen. Ah, Mann. Hm. Hm. Sag euch so, 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 so. Hm. 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 Ah. Hm. Hm. Ah. Ja, komm. Ich will es! Hm. Hm, ich will das. Hm. 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 Ich bin zu doof, den zu kontrollieren. Vielleicht schneide ich das auch raus. Siehste? Mit einem Fehler. Konter? Und rüber? Jetzt? Mann, was machst du denn? Das kannst du doch... Mann, ich war so gut im Rennen. Passt da drin. Jetzt habe ich aber die Nuss geknackt. Jetzt weiß ich, woran es liegt. Ich halte. Ey, Mann. Ich will es, ich will es, ich will es. Nein. Es muss gehen. Wow. Passt was das. Ich darf keinen Fehler mehr machen. Kein einzigen. Jetzt scheide ich doch nicht doof an, Mann. Es gibt es doch nicht, Mann. Ich lasse mich nervös machen, ey, von dieser Zeit. Ich war so gut, ich bin so gut im Rennen, ey. Los, nochmal. Jetzt aber. Wenn man es erstmal einmal verstanden hat, dann weiß man, wie der Hase läuft bei dieser Strecke. Jetzt habe ich bloß keinen Fehler mehr machen. Jetzt habe ich keinen mehr machen. Ich weiß nicht, wie viele Versuche, ey. Da habe ich es geschafft. Gold. Das waren bestimmt 25 Anläufe, mindestens. Gut. Yeah. So, jetzt hatten wir ja Trouble im Tempel. Das war wirklich ein bisschen Trouble. Jetzt gehen wir mal zum Tropensturm. Also ich entscheide das so ein bisschen so spontan. Ich versuche eigentlich hier alles auf Gold zu trümmern irgendwie, aber mal sehen, ob uns das gelingt. Also, was haben wir denn hier diesmal zur Auswahl? Nicht zulässig. Der Motorrad nicht zulässig. Wir nehmen natürlich diesen VIP-Flitzer. So, hier ist uns jetzt vorgegeben bei Tropensturm. Wir dürfen maximal drei Fehler und die Zeit muss 55,5 Sekunden betragen, um das Gold zu erreichen. Wir werden mal irgendwie hinkriegen. Und los. Ich kann mich echt an die Städte gar nicht mehr erinnern. Boah. Ich werde da mal schauen. Und da findest du auch eine Städte? Ist das so richtig gleich so eine Debristimmung hier? Mann. Mann. Letzter Fehler. Mist. Konzentration. Ey, ich muss mich jetzt konzentrieren, Leute. Toilette. 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 Ich versiebe es gerade volle Pulle Super, mach Besuch Super, mach Also Die Rufa-Sarbe ist ja auch in uns halt. Hälfte drückt nicht so lange her, alter Schweder, alter Schweder, alter Schweder, mehr persönliche Rekord, ach, so. Huiuiui, das war wieder Herzblutschwitzen, Leute, wie man sagt, oder keine Ahnung, wie man sagt, aber irgendwie war es auf jeden Fall extrem, für mich gerade. Ich würde sagen, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr auf die Schose. Schlaft gut, macht's gut, euer Tornado, ciao.